Tja, guten Morgen an alle, wie man in Hamburg zu sagen fliegt. Mein Name ist Wolfgang Esse, ich bin Schulungsleiter bei Hobart und ich melde mich heute, um euch einzuladen. Zwar einzuladen zum ganz, ganz besonderen Event, den wir gerade hier für euch vorbereiten. Wie ihr alle wisst, findet die Internorga auch leider zum zweiten Mal nicht statt. Da haben wir uns gedacht, wenn die Internorga nicht stattfindet und ihr nicht zu uns nach Hamburg für den Messestand kommen könnt, dann kommen wir und wer ist wir? Das ist Hobart, das ist Elro, das ist Foster. Wer kommt zu euch? Entweder ins Büro oder in die gute Schube. Und wir bringen nicht nur den typischen Hamburger Messeflair mit, sondern wir bringen auch die Stimmung von Hamburg mit. Wir machen gemeinsam mit euch und mit vielen, vielen anderen einen typischen Hamburger Fischmarkt, aber ein bisschen anders. Lasst euch überraschen. Tja, was haben wir vorbereitet? Viele interessante Vorträge um unsere Produkte, um Neuigkeiten herum, aber auch zwei Live-Kochshows, die wir zusammen mit unseren Freunden von Elro entsprechend durchführen werden. Und dazu schicken wir euch was ganz Besonderes, nämlich eine Fischmarktbox mit all den Kleinigkeiten drin, die wir an dem Tag für euch zugereiten wollen. Mehr möchte ich gar nicht sagen, lasst euch überraschen. Tja, auf jeden Fall lohnenswert, ich kann es euch über empfehlen. Ein Meldeschluss ist bis zum 12. Februar, also wer es noch nicht gemacht hat, meldet sich bitte schnell an, denn die Plätze sind rar und begehrt und Art viel haben wir nicht mehr. Also, rein an den Speck. Jetzt hast du noch zu sagen, ich freue mich wahnsinnig auf euch, euch am 11. März von 10 bis 12.30 Uhr auf dem Fischmarkt zu begrüßen. Und bis dahin, Moin, Tschüss, euer Wolfgang.